Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Kinderbuch-Review. Heute geht's um die In-Touch und das große Liebesaus zwischen Sami Khedira und... Spaß Freunde, auf so einem Niveau lassen wir uns sicher nicht herab. Die ist übrigens von meiner Mutter, nicht, dass ihr denkt, ich würde sowas lesen. Und genau das würde jetzt jemand sagen, der sowas heimlich lesen würde. Ähm... Heute geht's um Conny spielt Fußball. Auf dem Cover sehen wir Conny und die erste Frage, die hier entsteht, ist ja wohl ganz klar, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Vom Aussehen und vom Namen her können's auf jeden Fall beides sein. Wenn ich meine, Conny steht sowohl für Conrad als auch für... für... Cornelia. Wir einigen uns jetzt einfach mal auf Conradelia, damit im Laufe der Review keine Disparitäten entstehen und hier auch kein Geschlecht diskriminiert wird. Habt ihr mir das jetzt echt geglaubt? Fußball ist ja wohl ganz klar ein Männersport, also kann Conny auf gar keinen Fall eine Frau sein. Tor, Tor, brüllt Conny. Begeistert winkt sie mit dem Vereinsfähnchen. Sie. Digga, wir fangen nochmal neu an. Übrigens will der Torwart auf dem Cover gar kein Fußball spielen, sondern eher mit dem Hosenträgermetern am Spielfeldrand Titanic inszenieren. Tor, Tor, brüllt Conrad. Cornelia. Begeistert winkt sie mit dem Vereinsfähnchen. Gerade hat Onkel... Gerade hat Onkel Günther auf dem Fußballfeld den Siegestreffer geschossen. Ganz kurz vor dem Abpfiff. Conny ist so stolz. Sie läuft schnell zu ihm und Günther hebt sie hoch und wirbelt sie herum. Ich glaube links haben sie eine falsche Szene gezeichnet, die befinden sich doch nicht an einem Fußballplatz, sondern ganz klein an Disco. Nee, falsche Musik. Bei dem Kollegen hier passt wohl eher eine ganz andere Musikrichtung. Es sind Illuminaten, Minions, Spongebob, Zyklopentraktor lässt größen. Auf der rechten Seite wird übrigens schon wieder Titanic nachgespielt. Ich glaube der wahre Titel von dem Buch ist Conny spielt Titanic und nicht Conny spielt Fußball. Der Tipp ganz rechts hat wohl nicht ganz kapiert, dass sie Fußball und kein Handball spielen. Naja, jetzt gibt es halt einen Freistoß. Idiot. Football. 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 Fußballtor, obwohl ich gar kein Torwart bin. Ich sehe schon, es wird wieder ein sehr musikalisches Video. Hoffen wir mal, dass es die Gamer nicht entdeckt. Aber nicht nur Günther kann Tore schießen. Konrad. Cornelia kann das auch. Den ganzen Nachmittag muss Günther mit ihrem Garten Fußball spielen. Conny ist begeistert. Sie will unbedingt im Verein spielen. Gibt es denn eine Mannschaft für so kleine? Will man mal wissen. Klar. Grinst Günther. Wir haben doch die Pampers Liga. Da spielen ganz viele Windeln Fußball. Hier sieht man, wie Conny und Günther Fußball spielen. Zumindest sollte das als Leser so rüberkommen. Man sieht ja wohl eindeutig, dass Günther hier nicht den Ball, sondern die Katze kicken will. Will das Buch damit die Tierquälerei verherrlichen und bewirken, dass die Kinder von klein auf ihre Katze anstelle ihres Fußballs benutzen sollen? Wir werden sehen. Der kleine Bruder von Conny lacht übrigens gerade Günther aus, weil er Günther heißt. Sorry Papa. Am nächsten Dienstag holt Günther Conny ab. Er hat für sie ein Trikot und eine kurze Hose in den Vereinsfarben dabei. Was wirklich spannend ist, gibt es hier eigentlich nicht wirklich, bis auf das Krokodil im Hintergrund, was eigentlich ein Stofftier oder so darstellen sollte, aber natürlich echt ist, weil es Conny gerade beim Auspacken beobachtet. Und den Fußball haben wir hier natürlich auch wieder. Aufgeregt fährt Conny mit Günther zum Fußballplatz. Günther kennt den Trainer und hat ihm von Conny erzählt. Das ist also unsere neue Spielerin, sagt der Trainer. Ich bin Herr Malz, aber alle nennen mich Mauzi. Malzi. Ja, hier sehen wir Malzi. Junge, Malzi ist noch schlimmer als Alf. Wie er gerade Conny die Hand gibt und unter seinem anderen Arm die Katze eingeklemmt hat. Und im Hintergrund sehen wir wohl die zukünftige Fußballmannschaft von Conny. Malzi stellt Conny den anderen Kindern vor. Dann ruft er warmlaufen, einmal um den Platz. Alle laufen, nur Konrad nicht. Ich bin schon warm, sagt er. Sie. Denn es ist heiß heute. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, was Conny hier mit ihrem Gesichtsausdruck sagen will, aber ich glaube, das ist mehr als eindeutig. Es ist ja wohl ganz klar, dass sie ein Eis haben will, um sich abzukühlen. Warum sollte sie denn Sanchi ihren Mund so weit aufreißen und mit ihrer Hand drauf zeigen? Ansonsten laufen die anderen Kinder gerade los und der mit der Brille wirft Conny ja verstohlene Blicke zu. Wenn sich da nicht eine romantische Liebesgeschichte anbahnt. Malzi lacht. Deine Muskeln musst du trotzdem warm machen. Nach dem Laufen machen sie noch ein paar Turnübungen, bevor jeder eine Katze bekommt. Die Pampers-Mannschaft macht hier ihre Turnübungen und der Junge mit der Brille wirft Conny schon wieder erotische Blicke zu. Wie heißt er eigentlich? Nennen wir ihn einfach mal... Bernd. Der sieht irgendwie aus wie ein Bernd. Ach, steht er sogar auf seinem Oberteil. Zoom mal ran. Näher. Noch näher. Ja, genau, da steht's doch. Nun sollen sie die Katze unter einem Fuß vorwärts, rückwärts und seitwärts rollen. Hä, wie soll das denn gehen? Unter einem Fuß vorwärts, unter einem rückwärts und unter einem seitwärts. Ich sehe hier weder mich noch irgendwelche Afrikaner. Also wie will man sowas ohne drei Beine denn schaffen? Naja, Malzi halt. Dann üben sie das Dribbeln. Dabei läuft man vorwärts und tippt die Katze immer wieder kurz an, ohne dass sie zu weit wegrollt. Es ist gar nicht so leicht. Danach spielen sie Ballabjagen. Das macht Spaß, aber Konrad will endlich Fußball spielen und Tore schießen. Doch erst am Ende des Trainings gibt es ein Spiel. Trotzdem freut sich Cornelia schon auf das nächste Training. Während Konradelia hier mit der Katze dribbelt, ballt, äh ich mein, Katzt, Bernd hier seine Hand zu fauscht, um Conny eins überzuziehen. Also, ein neues Oberteil, weil, ja, es dreckig ist. Warum spielen hier eigentlich so viele Mädchen mit? Gibt es beim Fußball jetzt auch schon eine Frauenquote? Nachdem Conny ein paar Mal beim Training war, braucht sie dringend einen Schutz für ihre Schienbeine. Die sind voller blauer Flecken, weil Henning statt des Balles manchmal Connys Beine trifft. Aus Versehen natürlich. Und nicht, weil sie nur wegen der Frauenquote in die Mannschaft gewählt wurde. Außerdem braucht sie Katzballschuhe mit solchen Knubbeln dran. Meine ich das nur, oder sehen die Schienbeine schon mal hier aus, wie diese Schilder bei den Römern früher? Ja, ich glaub schon. Papa sagt, die Knubbel heißen Stollen. Doch das glaubt Conny nicht, weil es Stollen noch immer zu Weihnachten gibt. Mama geht mit ihr einkaufen. Zuhause testet Cornelia gleich ihre neuen Fußballschuhe. Also langsam geht mir die Tierquälerei hier echt ein bisschen zu weit. Conradelia bindet sich hier einfach die Schuhe, während sie auf ihrer Katze sitzt. Hallo, geht's noch? Ja, die Katze danach wahrscheinlich nicht mehr. Conny ist jetzt völlig vom Fußballfieber gepackt. Auf der Straße kickt sie alles weg, was ihr in den Weg kommt. Ach so? Sie kickt also alles weg, was ihr in den Weg kommt? Zufällig läuft hier doch gerade ein kleiner, süßer Hund vor die Füße. Ups, das tut mir jetzt aber leid, aber ich muss doch ohne Pause trainieren, damit mir der böse Henning nicht wieder gegen die Schienbeine tritt, weil ich nur wegen der Frauenquote in die Pampers-Mannschaft gewählt worden bin. In jeder freien Minute spielt sie mit ihren Freunden Fußball. Ne, wartet mal, ich hab nach Klopfer lesen. In jeder freien Minute spielt sie mit ihren Freunden Fußball. Ach so, sieht mir jetzt nicht unbedingt danach aus, aber okay. Samstags guckt Conny mit Papa Fußball im Fernsehen. Oh. Bald kennst du die Namen von vielen Spielern und kann Mama erklären, was Abseits ist. Also Mama, Abseits heißt, dass du den 3 Meter hohen Zaun, den Papa für dich um die Küche gebaut hat, nicht verlassen darfst, da ansonsten die gegnerische Mannschaft den Ball bekommt. Und mit gegnerischer Mannschaft meine ich die Nachbarin. Und mit Ball Papas Penis. Hehe. Conny verpasst nie eine Trainingsstunde. Sie traut sich jeden Ball anzunehmen, sogar Kopfball kann sie. Und weil Conny viel schneller ist als Jan oder Tobi, ich mein natürlich Bernd, kann sie ihnen ruckzuck den Ball abnehmen. Nun will Malzi sie als Stürmerin in einem wichtigen Punktspiel am nächsten Sonntag spielen lassen. Conny ist glücklich. Für mich sieht es eher danach aus, dass sie in der Luft eingeschlafen ist. Every night in my dreams I see you. I feel you. Doch am Dienstagmorgen tut ihr der Hals weh und am Nachmittag hat sie Fieber. Sie darf nicht zum Training. Conny weint. Bestimmt kann sie am Sonntag nicht mitspielen, aber sie will doch ihre Mannschaft nicht im Stich lassen. Conny trinkt zu viel Vitaminsaft wie noch nie, um bloß schnell gesund zu werden. Oh, die Arme. Eine Katze, die da auf dem Bett liegt und gar keine Aufmerksamkeit bekommt. Zum Glück ist Conny am Freitag wieder fit und darf zum Training. Den ganzen Samstag übt Conny Tore schießen. Ach so, erst heult sie eine ganze Seite lang rum, dass sie Fieber hat und auf der nächsten Seite ist sie wieder topfit. Hm, klar. Naja, ganz fit ist sie wohl doch wieder nicht. Entweder ist ihr Schließmuskel gerissen und nein, ich will nicht wissen warum. Oder sie sollte lieber in der Pampers Liga spielen anstatt in der F-Jugend. Und warum da jetzt auf einmal Pippi Langstrumpf im Tor steht, weiß ich auch nicht. Heute ist es soweit. Das Punktspiel der F-Jugend wird angepfiffen. Papa, Mama und Onkel Günther stehen am Spielfeldrand und feuern Connys Mannschaft an. Trotzdem schießen sie in der ersten Halbzeit nur ein Tor und die anderen zwei. Ob Connys Mannschaft noch gewinnen kann? Was meint ihr? Oh Gott, das ist so spannend. Aber Malzi spendiert in der Halbzeitpause allen einen Orangensaft und muntert sie auf. Er meint, die anderen sind schon viel zu müde. So, so, jetzt wird also schon in der F-Jugend gedopt. Ich hätte ja jetzt eher erwartet, dass ihn Malzi in Malzbier anbietet. Aber Orangensaft? Finde ich jetzt schon ein bisschen krass. Also übertreiben braucht man jetzt auch nicht. Bernds Beteiligung am Spiel ist übrigens mal wieder überragend. Das Spiel geht weiter. Anna bekommt den Ball und schießt. Tor, rufen alle begeistert. Doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Beinahe landen die anderen einen Treffer, aber Torhüterin Steffi hält den Ball. Kurz vor dem Schlusspfiff gibt es einen Freistoß, weil Conny ganz gemein geschubst wurde. Pfff, Pussy. Conny tritt den Ball voll ins Tor. Alle jubeln. Connys Mannschaft hat gesiegt. Wow, was ein Plottwist. Hätte ich echt nicht erwartet, dass Connys Mannschaft hier noch gewinnt. Also ich muss schon sagen, der Spannungsbogen war hier echt durchgehend on top. Bis kurz vor Schluss dachte ich echt, dass sie in die Pampers-Liga absteigen würden. Aber naja, bei so einer Mauer war jetzt auch nicht gerade viel zu erwarten. Schaut mal nach ganz hinten, da am Spielfeldrand. Steht da nicht Chucky die Mörderpuppe? Am nächsten Tag ist Conny sogar auf der Sportseite der Zeitung zu sehen. Schießt wie ein Profi. Amerikanischer Cop pustet bei Verfolgungsjagd eines Dreijährigen aus Versehen Gehirn weg. Äh, Conny aus der F-Jugend meine ich natürlich. Steht darunter. Nun ist Conrad ein Fußballstar. Wieder mal ein Happy End. Oder nicht? Man könnte jetzt meinen, dass sich das Buch gegen die Unterdrückung der Frauen einsetzt und Conny als Emanzipationsbeispiel dienen und allen anderen Frauen zeigen soll, dass man es auch ohne Frauenquote schaffen kann. Auch wenn Conny nur noch die Frauenquote in die Pampers-Mannschaft aufgenommen wurde. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber nein, die Lehre aus dem Buch ist einfach eine ganz andere. Im Mittelpunkt steht nämlich gar nicht Conny, sondern ihre Katze, die das ganze Buch nur gedemütigt und als Fußball benutzt wurde. Warum ist hier wohl die Katze im Vordergrund und nicht der Fußball auf dem Schrank da hinten, obwohl es in dem Buch doch eigentlich um Fußball gehen sollte? Warum hat das Fell der Katze zufällig die gleichen Farben wie ein Fußball? Und warum hat der Teddybär da hinten und vor 10 Minuten ein Geständnis abgeliefert, dass er seit 17 Jahren von Conny erniedrigt wird, obwohl sie erst 8 Jahre alt ist? Das ist kein Zufall, meine Freunde. Conny ist eine Tierquälerin, wie sie im Buch steht. Was glaubt ihr denn, wieso hier Schere und Kleber liegen? Bestimmt nicht, um der Katze den Schwanz abzuschneiden, um ihn dann wieder anzukleben, um zu warten, bis er wieder angewachsen ist, um ihn dann wieder abzuschneiden. Nein, bestimmt nicht. Ich hab natürlich auch dieses Mal wieder ein paar Leser interviewt. Was sagen Sie denn zum Tierquälerei verherrlichenden Kinderbuch Conny spielt Fußball? Ja, das Buch ist gut, das hat viel Eiweiß, wenig Fe... Wollen Sie jetzt wirklich in jedem Interview dasselbe sagen? Ja, dafür haben Sie mir doch Geld gek***t. Ich weiß nicht, wer ihr seid, Amunakoy. Conny, du Göttveran. So werde ich dich abstechen, Amunakoy. So! Ja, also mir. Sie haben mich jetzt aber nicht ernsthaft übersprungen, nur weil es in Gaffys-Videos keine Frauenquote gibt. Ähm, doch. Ja, ich weiß nicht, was ich noch. Vielen Dank.